Trump will in Geldpolitik mitreden Ich habe einen besseren Instinkt, die Forderung von Donald Trump, ein Mitspracherecht bei geldpolitischen Entscheidungen zu haben, birgt einige Gefahren. Zum einen könnte dies die Unabhängigkeit der US-Notenbank gefährden, da politische Einflussnahme die objektive und unparteiische Entscheidungsfindung beeinträchtigen könnte. Die Unabhängigkeit der Notenbank ist jedoch entscheidend für die Stabilität des Finanzsystems und die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik. Zudem könnte eine Einmischung des Präsidenten in die Geldpolitik zu kurzfristigen Entscheidungen führen, die langfristig negative Auswirkungen haben könnten. Geldpolitik sollte auf fundierten ökonomischen Erwägungen basieren und nicht auf politischen Interessen. Es ist wichtig anzumerken, dass die US-Notenbank, auch bekannt als Federal Reserve, formal unabhängig von der Regierung ist. Die Federal Reserve trifft geldpolitische Entscheidungen in erster Linie basierend auf ökonomischen Daten und Zielen wie Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Es gibt jedoch auch politischen Druck auf die Notenbank, insbesondere von Seiten des Präsidenten, der seine Meinung zu Zinserhöhungen und anderen geldpolitischen Maßnahmen öffentlich äußert. Insgesamt ist es wichtig, die Unabhängigkeit der Notenbank zu wahren und politische Einflussnahme zu vermeiden, um eine stabile und verlässliche Geldpolitik sicherzustellen. Donald Trumps Forderung nach einem Mitspracherecht bei geldpolitischen Entscheidungen sollte daher kritisch betrachtet werden. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020